Bevor Zaubertauschkampf losgeht, wollte ich euch eben noch schnell daran erinnern, dass ab Freitagmittag bei mir auf Twitch die neuen Pokémon-Editionen gestreamt werden. Wahrscheinlich zusammen mit Balooie Multiplayer. Also kommt gern vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. ... ihr Lauf ist nicht, weil es okay ist, sondern weil es eine Stunde dauert. Nee, das ist Blauli. Bist schon stark. Blauli, wow. Ich, was? Ja, ich hab nicht Blauli gemacht. Dynamax ist schon unbalanced am Ende. Der Dynamax ist schon extrem stark. Also auch die Competitive-Szene hat einen zeitlichen Aufwand zwischen den beiden Sachen, ist wirklich, dass du zehn Rates innerhalb von zwölf Stunden oder zehn Rates innerhalb von einer Stunde schaffst. Naja, gut. Ja, also die ganzen Animationen dauern echt so lange. Ich verstehe immer noch nicht, wenn alle Leute auf Skip eingestellt haben, dann sollte das... Das ist sehr grindlastig so. Das ist sehr stark auf Kaizo angesetzt, habe ich immer das Gefühl, wo wir das auch gespielt haben. Also das war ja wirklich so, dass wir immer typeadvented haben mussten. Oh, das ist so fein. Oh. ...einig automatisch gelöscht wird, nur weil Neues rauskommen. Ich werde sie missen. Du hast jetzt sogar noch ganz gut die Möglichkeit, die letzten Dynamax-Formen zu kriegen. Also das letzte... Juhu angeschrieben, das wird dann bestimmt Juan ausgesprochen. Das ist richtig, aber das könnte auch Tu sein, ne? Du was? Ja, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4... Das ist ja super smart. Einfach Pokémon Go Pokémon reinraden. Kann er das übertragen aus Pokémon Go? Ja, du glaubst, ob die Pokémon Home-Bank ging und sie da aus dem Herd getraden. Das ist ja weh. Die Pokémon Go-Kombo ist gar nicht so bad. Jetzt Shiny Glurak. Ach nee, bitte nicht Shiny, dann ist es illegal. Nur Glurak. Okay. Ich hab mein Tief. Das ist kein Glurak. Glurak hatten wir bisher, der war auch echt noch nicht so oft so. Ja, aber ich hatte schon mal eins. Ich bin bereit. Ich bin froh. Gab's Passwort auch schon eingegeben? Ich nicht. Ja, ist doch 08, 10, 08, 10, oder? Das ist richtig. Hm, fein. Das kann nicht sein. Die drei Pokémon, die ich ausgewählt habe, haben alle exakt das gleiche Random Level. Ist ja wild. Mit was beende ich, ist die Frage. Ich mit meinem Schein. Ja, toll. Yay. Let's go. Ich bin immer noch der einen Stern-Dude. Ja, ich sehe auch, wie wütend du guckst, Claudia hat jemand dein Essen weggenommen. Oder warum ist das so auf der Karte? Das ist einfach mein Siegesgrinsen. Nee, nee, Chef. Ach so. Ja, was ist denn so? Euer Team sieht schon ein bisschen krasser aus als unser. Ich finde mein Ding da nicht schlecht. Das guckt so grimmig. Wollen wir uns zuerst auf das Gefährliche konzentrieren? Du, ja. Ich verprügel den Starter. Nein. Der hatte gar nichts getan. Richtig Kreuz rieb für die Eidex, ey. Irgendwas gefällt mir daran nicht. Oh nein, angeguckt. Oh, erstaunt. Angeguckt, wer ist in der Leitung. Feuer Odem auf Glomander. Oh, was ist das? Und jetzt ist Paralyse. Ah, verdammt. Okay, ich riech mich mal kurz. Au, sch... Das kannst du doch nicht machen. Das hat dir gar nichts getan. Doch, hat es. Toll, ich bin schon rückgeschreckt. Ernsthaft. Erstauner Gaming. Oh. Das hatte ich vorher den Schein. Äh, eventuell solltest du da drauf... Ne, warte, du kannst da nicht helfen, wenn du drauf warst. Was ist das für ein Typ? Ich weiß es nicht mal. Ich habe das Ding, glaube ich, nie gefangen, weil ich es so... Toll finde. Legios ist Kampf. Ich finde Pokémon, die ganz viele Pokémon sind, irgendwie seltsam. Hm. Oh, wei. Ja. Aber das Pokémon selbst ist ja nur der vordere. Komm, wir lassen ihn nochmal zurückschicken. Weh, aber es wird eh funktionieren. Boom. Alter. Ist jetzt auch gut, oder nicht? Meine Fähigkeit erhöht Schaden mit Kampfangriff. Oh, ehrlich. Das ist schlecht, wenn ich das triff. Ja. Ich glaube, es hat getroffen. Ich bin nochmal nicht sicher. Das bedeutet, jetzt machst du kein Damage mehr, Dalu. Das Blauli. Okay. Moment. Ich müsste... Das reduziert doch nur mein... Reduziert das überhaupt meinen Schaden? Ja, dein physischer Schaden ist jetzt halbiert. Bei Balu reicht's, das ist tot. Nix da. Nix da bin ich tot. Weißt du nicht, ob es für sein Legios reicht. Worum geht's, öh? Katz, Alter. Überraschung. Dann weißt du, irgendwie bin ich inzwischen gar nicht mehr erstaunt. Finalformation, was ist das? Was ist gerade passiert? Aber es hat ja die Feuersteine von dem Arcan aus, die schon da kommt. Ich hab die Attackanimation noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Natürlich. Oh, da ist jemand zurückgeschickt. Okay. Ich sehe das Problem. Aua. Ich brenne. Feuerio. Das ist nervig des Todes. Walu, mach was. Ich will nicht mehr zurückschränken. Okay. Sag Katze nein. Katze nein. Wir haben das gleich schon. Wir haben das gleich schon. Ich muss jetzt nochmal zuhauen. Wow. Ja, ist dann jetzt auch gut. Das ist schon gemein. Dankeschön. Zurückschrecken ist nämlich ganz schön kacke. Oh, scheiße. Ja, ich kann ja auch, der andere greift mich an, aber... Oh, ein Kfh hättest du ja überleben können. Mann. Dalu macht mein ganzes Team weg. Warum machst du nicht Dalu weg? Ich mach keinen Schaden. Dalu? Warte, wen? Was? Ja, das ist Dalu da. Ja, Mama, Hammerarm auf meinen Geist, bitte. Nee, das steht wirkungslos. Das steht dann nur so. Das ist schon mein letztes Pokémon, Miri. Was soll ich machen? Ja, mal treffen. Wie wär's damit? Du hast ja nichts gemacht, um mir zu helfen. Jetzt hab ich mal was gesagt. Hätt ich das besser gemacht. Hätt ich wussten, dass das so nervig ist. Hä, hast du das nicht gesehen? Ich hab gewusst, dass ich richtig spielen muss. Hätt ich richtig gespielt. Ja, richtig. 2023. Nein. Ich hab mich auch nochmal geschlagen. Bitte mach da Hammerarm drauf. Das hat es verdient. Nein. Ich nehm auch die Verbrennung zurück. Ich hau da nochmal drauf. Nein, Miri. Du musst das verhindern. Nein. Doch. Nein. Doch. Also das Picacho macht mir auch Sorgen. Ich bin sehr langsam. Ich bin der langsamste in der Runde. Ich hab mit jeder Hammerarm Senkmalinitiative. Ich bin auf minus vier. Aue. Oh oh. Tot. Ja. Du musst da mal Miri wegbekommen. Ja, das wird schwierig. Mach doch, Dalu. Mach doch. Guck dich ne Böse an. Ja. Nicht, dass die gesenkte Initiative irgendwann weg ist. Alter. Nein. Mann. Das hat überlebt mit sechs KP. Ich, warum? Ich will halt auch jetzt nicht rausfliegen. Da hab ich nichts mehr zu tun. Oh, dann kommt jetzt das Shiny nämlich hier. Let's go. Danke nochmal an den Zuschauern. Hui. Wow. Ein Square Shiny sogar. Das mochte ich auch. Der hätte es auch mehr machen können. Der hätte sein Effekt, wenn er kommt, ne? Der ist doch schon nicht bad, so. Aber du eh. Items kannst du Miri überhaupt angreifen? Das ist wichtig jetzt. Ich kann Miri angreifen. Miri. Aber, äh... Aber, äh... Zeit dauert ein bisschen. Nee, das fliegt so gut aus. Entferne. Entferne das Pinke-Ding. Äh... Nee, ich habe schon... Ich glaube, dass Pikachu nicht stark genug ist, ehrlich gesagt. Nee. War Reißer, never ever one-hitting. Das ist war Reißer. Nee, das Ding ist viel zu stark. Ah ja, da muss ich ja. Weil du bist wahrscheinlich wieder... Komm, Paralyse oder so ne Scheiße, komm. Komm, Paralyse oder so ne Scheiße, komm. Wir finken eigentlich. Boah. Ach, du Kacke. Ja, ja. Oh, yes. Jetzt wird's asozial mit dem Walzer hier. Oh, Gegenstoß ist jetzt aber nicht so meins. Wenn du Gegenstoß kannst, finde ich das nicht so gut. Okay, Baloui ist raus. Ja, leck dich. Mit einem Angriff habe ich Baloui komplett hops genommen. Ja, toll. Toll, wirklich. Wow. Ich habe mein Bestes gegeben, weil du und ich verbrannt. Schon gut gemacht. Hammer-Arm-Only hat er das hier in der Dekai. Äh... Ja, aber also ich greife Blauli jetzt an. Blauli ist leider jetzt out of order. Ich finde, ich finde interessant, dass... Warte mal, nee, stopp, doch. Blauli, das wird gleich ein One-on-One zwischen Miri und Dalu. Oh, wow. Oh, shit. One crit. That's not nice. Nein. Toll. Hä? Ja, das geht. Ja. Das funktioniert. Wow. Das ist aber krass. Da geht halt einfach das andere. Was ist denn das? Ja, die Abgangstirale. Toll, noch mehr Pikachu. schade dass das kein teil darauf hat das wäre jetzt aber jetzt macht mir eine sache sorgen wenn sie gesagt hat alle ihre pokémon waren dasselbe base level und das war ein zwirklop dann wenn sie nicht gelügert hat hat sie noch zwei banger das ist wirklich gut ja es ist sehr fein bei ihm hat es wahrscheinlich zwei absorber oder wir brauchen was anderes jetzt wollen wir jetzt müssen jetzt ein bisschen gamble gamble okay ich kann bin mit nadel rakete los weiter weiter noch mehr war deine max dauert lange jetzt sehen wir auf hatten jetzt hat wir haben beide gegendet und einer hat die ganze runde noch mal okay ich weiß es wirklich nicht was das bringt ich finde das nur gerecht muss auch mit balui immer spielen wenn ich denn wenn ich den call gebe dass er hat zwei obsauber haben könnte das muss ich nicht schwebe er sind stein vielleicht auch nicht würde jetzt explosionen durchgehen kritischen walzer das schnellste pokémon auf dem feld ist das ist krass ich gehe dann mal ich überlasse das tierne ich habe mein bestes getan damit den gegner du bist ja und ja easy let's go ich wäre jetzt da um gewesen jetzt kommen wieder der scheiß hammerarm raus hatte war leben brühe in der wasserattacke aber marken nicht war doch an warum tritt in den bodenattacke danach muss der dream kommt mein freund ist zurück warum brennen denn alle auf dem feld passiert ist alles auf eine karte und nein keine guillotine oder so was leben brühe ist was ja ok aber auch nein mollot mollot und denkt das einfach weg das könnte knapp werden aber er dürfte langsamer sein wenn du ein schneller attacke ist mir also gerade war er noch schneller ja aber er wurde auch ausgetauscht aber er hat ja ausgetauscht ja er hat er seine initiative resettet könnte jetzt langsamer sein warte 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 weil er die gesamte zeit über seine initiative gesenkt hat und dann ausgetauscht hat das resettet wurde sei jetzt langsamer nachdem er wieder nein nein er war ja jetzt noch schneller siehst du jetzt ist mir wieder schneller ja mollot ich wusste mollot reißt was mollot ist krass mollot ist immer miris ich warte immer noch auf irgendwann bekommen das eis ist nice kann man jemanden photoshop machen von einem moral dass diese die 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 schminke von lordi damals auf den europäischen song contest gekriegt ich bin schneller oder das ding schwebe ja jetzt stell dir mal vor katze nicht geheilt hilfreich ich muss nur schneller sein und dann der dream ich hasse es wenn pokémon aussehen als würden sie schweben er hat schwebe hat er nicht gut alles noch gut aber vielen dank für deinen einsatz jetzt kommt der dream oder also jetzt kommt der dream jetzt kommt der dream kann das eis irgend so ein reflektions scheiß wie wie ich vorhin warte was das eis du meinst konter oder so ja als eistüte taucht sich mir selber weg ich hatte eiseskälte 30 prozent schon selber zu töten war schön zum zugucken